Darf ich Sie was Privates fragen? Ja, du brauchst doch gar nicht so fragen, wenn du fragen willst, Kerl. Ja, ich hab da nämlich ein Problem... Sag mal, habt ihr dem Wallusch eigentlich eine Wache vor die Tür gestellt? Du, ich hab dich was gefragt. Sie lassen einen nie ausreden. Entschuldige. Entschuldige, das ist eine blöde Angewohnheit von mir.